Tag mein lieber Fritze. Herr Merz, Sie duzen sich also mit der AfD. Wann sich deine Zusammenarbeit an? Das kam ausschließlich von ihm, ja? Hör sofort auf damit. Gerne wie du willst, Fritze. Ich bin nicht ihr Fritze. Was zierst du dich denn noch so? In Thüringen hast du es dir doch auch besorgen lassen. Die Mehrheit meine ich. Frau Richter in Thüringen. Haben Sie da gerade gegendert? Nein. Ich habe gesagt, Frau Richter in Thüringen. Na, schon wieder. Na, was soll ich sagen? Frau Richter auf Thüringen. Gut, kurz hatte ich gedacht, ich habe dich verloren. Niemals. Also was ich meine ist, es gibt keine Zusammenarbeit zwischen der AfD und der CDU. Nein heißt nein. Ja, da darf ich mal den deutschen Schlagerpoeten Gigi Anderson zitieren, der gesagt hat, Nein heißt ja, nein.